Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Der lernen muss, dieses Schwert darf nur Gottes guter Sache zum Sieg verhelfen, ein Held zu sein. Und die Frau, die sein Herz erobert. Im Schatten der Kreuzzüge, du wurdest wegen einer Abscheulichkeit verurteilt und niemand kann diesen Richterspruch von dir nehmen, werden sie für ihre Liebe bestraft. Unter dem Namen Arndegothea wirst du dich ins Heilige Land begeben. Du wirst ein Ritter des Templerordens. Und ich schwöre, ich werde dich von hier wegholen. Und zur Trennung verurteilt. Wisst ihr, wer ich bin? Ihr seid Yusuf, den wir Saladin nennen. Und ihr fürchtet euch gar nicht. Ihr respektiert unseren Feind. Das wird mich nicht daran hindern, gegen ihn zu kämpfen. Gefangen in einem Krieg. Gib mir mein Kind! Nein! Der kein Ende hat. Der kein Ende hat. Der kein Ende hat. Arm, der Tempelritter. Arm, der Tempelritter.